Unsere Kirchengemeinde Hörnberg-Zimmerschied ist eine kleine Gemeinde mit ca. 275 Mitgliedern. Für mich ist es immer spürbar, dass Alt und Jung da ihre Nische finden. Hier eine Teststation zu machen in der Kirche, also das ist so ideal, dass man nicht nach Nassau Bad Ems muss, sondern eben hier vor Ort. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viel nach Sinn des Lebens gefragt wird, denke ich, brauchen wir so Dinge wie unsere Kirche, wo wir uns daran festhalten. Als größte Gemeinde unserer Kirche mit über 8000 Gemeindemitgliedern ist auch unser Kirchenvorstand entsprechend groß mit fast 30 Mitgliedern. Wir sind so dankbar für so viele Menschen, die sich hier engagieren. Weil bei uns Ehrenamt groß geschrieben wird und ohne unseren großen Kirchenvorstand gar nicht so ein vielfältiges Angebot möglich wäre in unserer Gemeinde. Darum ist es wichtig, dass Sie wählen gehen. Es ist wichtig, zur Wahl zu gehen, damit Sie unterstützen können, wer für Sie vor Ort für Ihre Bedürfnisse einsteht, damit Jung und Alt nicht zu kurz kommen. Unsere Kirche lebt davon, dass viele mitmachen und sich engagieren. Die Kirchenvorstände sind das Herz unserer Kirche. Sie tragen die Verantwortung in über 1000 Gemeinden. Nur so sind Gottesdienste, evangelische Kindertagesstätten und Hilfsangebote für alle möglich. Am 13. Juni sind Kirchenvorstandswahlen. Wählen Sie per Brief, digital oder vor Ort in Ihrer Gemeinde. Geben Sie Ihrem Kirchenvorstand eine starke Stimme.